So Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Part von Let's Play World of Final Fantasy. Im letzten Part sind wir hier in diese Höhle vorgedrungen, bzw. waren wir schon dort und haben noch ein paar Miragen versucht zu fangen. Ich habe jetzt offline noch geschafft eine M-Mirage zu fangen, demnach habe ich jetzt endlich 3er, also 3 Steine, 3 Kampfstapel mit jeweils 3 verschiedene Charaktern, wo man den meisten Schaden und die meisten Strategien daraus hervorzieht, kann ich euch hier schnell zeigen, es ist auch gut. Vielleicht machen wir jetzt auch mehr Schaden. Ja, schon ganz kurz sehen lassen, oder? Ihr seht, jetzt haben wir schon einige Level bekommen. Ähm, ich musste auch für ein paar Mal zurücklaufen, und dann sind einige Gegner gekommen, weil ich auch speichern wollte. Dementsprechend sind die es auch ziemlich weit oben angestellt, also wollen wir gleich mal schauen. Ähm, also ne. Miraborte. Was wir jetzt alles freischalten können für Fähigkeiten. So, wir haben einmal Geschwindigkeit plus. Physischen Schaden zu. Nur Rating. Schauen wir mal auf, nicht frei. Dann, zum nächsten, wenn wir nicht die Welt wechseln, oder vielleicht, genau. Ihnen haben wir noch ein bisschen was freigestellt, machen wir doch auch gleich. So ein Squatter. Die Zeke, die wir gerade gesehen haben, erhöht die Maximal-CP. Weiter zum nächsten. Zur Küken. Naja, kann aber das Einzige jetzt nicht. Ich möchte mir jetzt das Vita hier freischalten. Warten wir noch. Wir haben unser Tamma. Vita. Sehr schön, die werde ich auf jeden Fall freischalten. Die Escorte. Okay, so war es jetzt auf den Tamma. Weiter geht's. Unser Kleinstein. Da kann man die neue Fertigkeiten einpflanzen, aber die Handwerke sind nicht. Unser Mumu. Überwältigen und Schlagen. Da muss man es überwältigen. So, das machen wir weiter. Das Skalbadi, so habe ich den übrigens genannt. Physischen Erdschirm und Protest können wir noch machen. Oder hier, ein Doppelstoß. Und dann lass uns noch mal eine neue Fertigkeit. So, dann haben wir alle durch. Dann haben wir unsere Fertigkeiten erweitern. Dann können wir auch wieder weiterschreiten. Und dann können wir uns noch mal ein paar Fertigkeiten erweitern. Und ich jetzt mit dem anderen zurechtkomme. Sonst holen wir uns den mal rein. Was ist das für? Es ist ein strange Switch, dass die Antwort auf Mirage ist. Die Mirage, die du in diesen Kaffeln in der Nähe verbringst, sollte dir helfen, dass du dir helfen kannst. Okay. Der Ruin hier, was? Den haben wir jetzt eh schon. Ja, also auch nichts anderes, als wie dieser Golem, den man einfach zu essen geben muss. Woher kommen wir hier nicht weiter? Dennoch gut, dass wir die Mirage haben. Ja, müssten wir euch haben. Hä? Muss der frei sein, oder was? Achso, nee. Hier müsste er sein. Woher meinten. Hä? Das ist einfach nur der Kleinstell. Fünf oder schwerer, ich weiß nicht, das ist so die Gewichter. Achso, dann drei. Ich glaube, mehrere Zehren. Ich möchte den Vorgang bestätigen. Bestätigen. Aktivieren. A new path. A new path. Check out that switchcraft. Yep. Now we know switch way to the go. Switch ever one of you thinks you're being clever is about to get a knuckle sand switch. Oh, did, did I just get owned? I'm the raising the white flag here, too. Und da kommen wir leider nicht hin. So, was haben wir denn da noch so? Den Wachenschalter? Da kommen wir wahrscheinlich wieder hin zu können. Hm, nee, da sind sogar nur zwei Träumen. Ja, das haben wir sogar. Das war genau das, was wir haben. Da brauchen wir nämlich genau diesen einen Stapel mit kleinen Steinen und dann Skull-Buddy und dann haben wir 75 Resistenz und mehr als fünf Gewicht. So, ein kleiner Kampf, bevor wir zum Schluss kommen. Wir haben die schöne Erbschlag-Erbschlag-Garantie und schaut's euch an. Nun haben wir richtig viele Fertigkeiten, die ich dann gleich mal ausführe heute. Ähm, Wind ist schon mal die Schwäche von unserem Kupfer-Zwerg hier, nochmal kalt dann. So, hammer ihn. Und den sehr coolen Treffen ist so an. Wenn wir jetzt noch nicht so viel davon sehen. Wind ist jetzt echt nicht so viel hier. So, dann nochmal mit Feuer rein. So, dann haben wir noch zwei Drohnen. So, dann gehen wir natürlich mit. Ja, Tama, irgendwo haben wir den gebraucht. Ach, das war das jetzt schon irgendeine Herausforderung in der Stadt. Weil ich jetzt noch weiß. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Dementsprechend bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo wir jetzt schon überall was gemacht haben, wo nicht. Hey, Tama, weird question. Um, how come all this really useful, well-presented information keeps popping into our heads? All of that? I guess Anna Crow is the trying to give you some tips. Dude, really? In here I thought I was some kind of super genius coming up with all the answers on my own. I hate to the break it to you, but you will never be that person. I don't know, it's so sad. Immer die so lern. Ich weiß schon, wie man jemand unterhaltet. So. Jetzt müssen wir den Kupferzwerg gebrauen haben. Oh Gott. So, wir schauen jetzt mal einen dieser schönen Anzacken an, welchen möchte ich mit dem machen. Dieser wälzigen Stein. Doppelstuff. Schauen wir mal. Was machst du auf beide Gegner? Das ist zufällig, es scheint zu fechern. Das geht doch nicht. Okay. Wow, hey now, come on. You don't have to look that brokenhearted when you say it. Schauen wir mal, was hier noch ist und dann wollen wir die Mission auf jeden Fall noch abschließen. Wenn wir aus der Hülle wieder zurück sind. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, warst du schon mal für diesen Part. Dann schauen wir im nächsten Part hier weiter, was uns hier noch erwartet. Und wollen noch die Mission abschließen. Das sehen wir dann. Und mal schauen, was noch auf uns zukommt. So, dann sage ich tschau, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play World of Final Fantasy. Bis dann und tschau. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.